Schreibt doch rein, was ihr kaufen würdet. Hättet ihr 5 Minuten Zeit, euch alles auszupfen, was ihr wollt. Hey Leute, Chris Merckx kommt zu einem neuen Video mit mir. Heute wird Chrissi alles kaufen dürfen. 5 Minuten, was sie will. Dafür müssen wir jetzt mal Chrissi abholen. Und ich sehe gerade, Papa bearbeitet hier ein Video von sich. Top Secret. Top Secret? Könnte ich mal zeigen, wo bin ich da? Wo war? Das bist du. Also da war ich schon vor 15 Jahren bei YouTube. Da gab es noch gar nichts. Also jetzt gucken wir mal, wo du bist. Wo bin ich? Ich möchte mich sehen. Da! Bei Opa auf dem Arm. Und 5 Sekunden später schreist du. Pass auf. Da war ich in klein. Also ich würde sagen. Das Video geht es demnächst bei Adi auf dem Kanal. Genau, bevor ich gerade sagen. Könnt ihr euch mal Adi anschauen. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne vorbei stellen. Übrigens, mein Merch ist auch in der Videobeschreibung. Verlinkt. Also checkt das mal auf. Auf jeden Fall. Erster Link ist auf jeden Fall der Merch. Zweiter Papa. Ne, ich muss jetzt erstmal los. Ich krieg sie was glauben. Ja, ich geh. Ach ja, ich muss ja. Mama kommst du? Mama muss irgendwie fahren. Jetzt sind wir jetzt auf dem Weg zu Christi. Und falls ihr noch nicht getan habt, abonniere dich jetzt unten. Mein Kanal ist kostenlos. Tut's einfach. Falls ihr nicht gemacht habt, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da lassen. Falls auch noch nicht getan habt. Ich mach's das nicht. Abonniert ihr nicht. Abonniert ihr nicht. Ich riech nach diesem Parfüm so stark. Also jetzt erstmal zu Christi. Und 3, 2, 1. Chrissi ist da. Du darfst heute alles kaufen, was du möchtest. Weißt du schon, wohin gehen möchtest? Wahrscheinlich echt? Wohin denn? Sag ich dir nicht. Alles klar. Auf jeden Fall geht's in den City Park, oder? Geh noch in den City Park, oder? Jo. Mama sagt, jo. Alles geht gleich in den City Park. Du darfst dann 5 Minuten. Du darfst schon mal überlegen, was du kaufen möchtest. Du kennst die City Park ja auch. Natürlich. Was da ist und so. Also, Christi überlegt dir, was schön ist. Ich hoffe nicht. Für mich. Und wenn Christi fertig ist, dann bin ich dran, ja? Also wenn ihr wollt, dass Mama das auch... Das hier nochmal mit Mama machen. Schreibt's in den Kommentar rein. Schreibt doch einem, was ihr kaufen würdet. Hättet ihr 5 Minuten Zeit euch alles auszusuchen, was ihr wollt. Das möchte ich auch... Ich darf das auch machen. Also bei Titt und ich überhaupt vorbei schon. Und ich darf da auch 5 Minuten alles ausruhen. Und da gehen wir zum Mediamarkt. Das wäre echt nice. Also schau doch mal vorbei. Und jetzt geht's weiter. Wir beide mal 5 Minuten das alles kaufen bei Ikea. Ich mein hier so ne Ikea nebenan. Papa, darfst du das passieren? Ja, bei mir dürftest du das. Okay, jetzt wollte ich es Mama mal 5 Minuten lang alles bei Ikea darf. Da. Ja, rara, rara, rara. Jaja, Ikea kaufen darf, was sie will. Schreibt es in die Kommentare rein. Lasst doch immer noch mal ein Like. Da, meine Haare sind... Oh, wir sind schon da. Christi, du weißt, was ich kaufen möchtest? Ja. Echt? Krass. Ich weiß auch, was ich kaufen möchte. Du bist nicht dran, also ich muss sagen, ich bin echt richtig gespannt, was Chrissy sich hier so kaufen wird. Ach, sie ist am Handy, wir müssen ein neues Handy kaufen, ah ne, ich hoffe, du hast kein neues Handy. Ich bin gespannt, ich habe gar keinen Plan, wie teuer das werden wird nachher, ich habe Angst irgendwie so ein bisschen, wird das teuer. Nicht schlimmer als bei dir, glaube ich. Nicht schlimmer, weil, willst du jetzt sagen, dass ich schlimmer bin als Chrissy? Ein Mädchen? Ich kaufe noch von mehr, oder nicht? Ja, du bist ein Media Markt. Ach, Media Markt ist das? Ja, du kannst auch zum Media Markt. Okay, wir sehen gleich, wo Chrissy hingeht. Wir sind da, Chrissy, weißt du, wo du hin möchtest? Ja. Ja, weißt du Bescheid? Das hier sind nämlich gleich, direkt schon los, du hast 5 Minuten nur Zeit. Ich habe eben auch aufgenommen, diese 5 Minuten, die sind so schnell um, ne. Also es war echt, ich war echt, ich war so platt, nein, 5 Minuten nur, 5 Minuten. Du darfst immer hingehen, wo du möchtest. 5 Stunden? 5 Stunden, pst. Chrissy, möchtest du vielleicht zu Chrissy gehen? Da gibt es leider als Chrissy. Okay, Chrissy, bist du bereit? Ja. Gehst du, 1. Douglas? Ja, aber noch nicht drücken. Okay, drück auf Start und 3, 2, 1, go. Mal los Chrissy, viel Spaß, viel Glück. 5 Minuten sind nicht so viel. 5 Minuten sind echt nicht so viel. Okay, dann mal los mit dir. Ich habe keinen richtigen Plan. Ich habe keinen richtigen Plan, aber so. Nimm einfach alle. Du, das ist groß. In der Einfachstasche, in der links alle. Äh, ja, kannst du echt nehmen, was du möchtest. Nimm einfach. Du darfst alles aussuchen. Kannst du auch was für mich nehmen, wenn du nett bist? Kannst du nicht? Ich finde, nein, es war Spaß. Musst du nicht. Du kannst echt nehmen, was du möchtest. Nimm, irgend... Ich nehme hier schon fast eine Minute auf, ne? Was? Also... Ich höre auf, sich zu stressen. Okay, ich höre auf, sich zu stressen. Hä? Schnell, mach dich voll. Ja. Darf ich auch nicht machen? Nein, du darfst nicht. Hallo. Hallo. Hä, nur noch Parfüm oder sowas? Oder? Ja. Ein bisschen Parfüm, kein Handy schaden. Chanel. Was? Ja, okay. Hallo. 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 Hier sind Masken. Und hier gibt es Oringe geil. Nee, das sind keine Masken. Aber keine schönen. Und was hast du so? Nichts. Weißt du schon, was du möchtest? Irgend ein gutes Parfüm. Irgend ein gutes Parfüm? Ja. Dann greif den rein, oder? So Hugo Boss. Ja. Dann nehmen wir nochmal. Gucci. Louis Vuitton. Nur eins, ja? Okay, Limit. Pack rein. Also, deine Zeit läuft ja auch echt rasend, ne? Ja, warum ist das so schnell? Eigentlich sind wir kaum. Du hast noch drei Minuten. Also, du hast echt nicht viel. Guck mal, deine Lieblingsfarbe. Für aber geniges. Ach so. Da war ja was. Ja. Hält noch. Was möchtest du denn? So einen Pinsel, ne? Hm? So einen Pinsel. Check ein. Sieben Euro so einen Pinsel? Was kostet denn ein Pinsel bitte so viel? Also, der kostet echt sieben Euro, weil so eine Pinsel da. Oh mein Gott. Das wird echt teuer, glaube ich. Das ist voll. Hier schminkt jetzt doch ganz viel da. Ich hab den Überblick verloren. Oh Mann. Wo sind die überhaupt? Ja. So, kurz inzwischen dann. Hier hast du jetzt das hier als ausgesucht. Die haben 70 Euro gekostet. Das war echt krass teuer. Und ich will sagen, jetzt geht's weiter. Ja, Chrissy. Ja. Chrissy, bist du bereit? 3, 2, 1. Weiter geht's in den nächsten Laden. CB-Model. Also, CB. Schnell. Ich mein, du hast nicht mehr viel Zeit. Es sind noch 2 Minuten 20, sehe ich gerade. Also, good luck. Have fun. Ähm. Ja, geh einfach irgendwo hin da hinten. Ich seh da hinten. Da hinten ist kein klein und sowas zum Beispiel. Oh ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Jacke? Eine rosa? Eine rosa, ja genau. Nein, komm. Aua. Das ist so viel. Der Laden ist noch mal so groß. Was brauchst du denn so? Ja, hier ist wohl keine Jacke. Hast du letztens einfach hier gekauft in Berlin. Hast du jetzt einfach mal deine Jacke geholt. Warte, da hinten ist Calvin Klein. Da können wir mal hingehen. Ja, die hässliche. Die war nicht hässlich. Ja, die ist gut. Ja? Wievoll. Ja, eben. Genau. Hashtags Hochschule. Warte. Hast du was gefunden? Warte, noch nicht. Ich brauche irgendwas schönes. Oh, hier sieht gleich eine Farbe wie ich. Wow. Partner können wir machen. S. Passt sogar. Nur Switch? Okay. Immerhin beim Cell stand. Also Cell gibt's. Mickey Mouse, Alter. Mickey Mouse. Willst du Mickey Mouse nehmen? Nein. Nicht Mickey Mouse. Wie viel hast du noch? 1,24. Okay, warte. M. Levi's. Levi's. Was brauchst du denn? S. Ah, noch 1,15. Ja, ich glaube das lief. Ja, M sieht passend aus. Nimm M. Nimm M. Nimm M. Nimm M. Chrissy, du hast nicht mehr viel Zeit, ne? Mhm. Schnell zur Kasse. Ah, f*** ich muss zur Kasse. Und jetzt geht's weiter. Chrissy, du hast echt nicht mehr viel Zeit. Zeit läuft, noch eine Minute hast du. Und hier ist jetzt alles. Wo möchtest du denn? Eine Minute hast du noch Zeit. Ähm, darf ich dein Handy haben? Mein Handy? Äh. Ja. Warum? Wofür willst du nicht mein Handy haben? Wir wissen, was ich denn mag. Wofür brauchst du jetzt mein Handy? Einfach kurz überlegen. Was machst du denn da? Eine Minute. Du weißt nicht, wie Louis Vuitton geschrieben wird? Wie lange noch? Noch eine halbe Minute. Hey. Du willst ja aber keine Tasche. Chrissy, was willst du mir nicht antun? Du willst du jetzt mal eine Tasche bestellen? Das ist doch gar nicht so teuer, oder? Das lebt nicht. Das lebt nicht. 1.000 Euro. 1.000 Euro für eine verdammte Tasche. Ich dachte für ein bisschen günstiger sind die schon. Ey, als ob 1.000 Euro für eine verdammte Tasche. Aber die sind hübsch aus. Die sind billiger. Wo bist du denn gegangen? Michael Kors. Michael Kors? Ahhhh. Der Timer ist um. Geh rauf. Das mit X war wohl nix, ne? Sehr knapp. Aber es werden auch fast so verlaufen. Es war echt viel Geld jetzt hier. Ich mein, wenn du das 70 Euro hier eben gerade um irgendwas mit 50 oder so. Bitteschön. Der hat immerhin vollzieht sich. Jetzt geht es erstmal essen. Meckes. Bei euch gibt es die Asiaten. Schon Hunger? Also hier, ja gut, damit hier würde ich sagen. Ich hab mein Essen zumindest schon da. Ging wohl schneller als bei euch. Das sieht auf jeden Fall sehr asiatisch aus. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan davon. Ja gut. Wir wollen einfach noch weiter schauen. Wir sind bei H&M und wir wollen weiter gucken. Aber zum Glück sind die 5 Minuten oben. Schade auch. Ganz schade. Soll ich das auch mal machen? Mit dir? Bei dir, dass ich alles kaufen darf? Das wär auch voll geil. Online machen. Online Amazon, Digga. Und dann auch einmal 3 Kugeln. Irgendwie fühle ich mich fett. Chrissi, was machst du in meinem Zimmer jetzt? Nach 5 Minuten alles einkaufen? Sie spielt einfach Fortnite. Okay. Nicht so laut hier, aber so. Leiser hier. Auf jeden Fall Chrissi hat sie in meinem Fernseher meine Couch eingenommen. Alles. Und ich mach mal ein bisschen leiser. Ist okay Chrissi, oder? Ich glaube, sie ist gerade hochkonzentriert am Spielen. Und? Stirbst du so die ganze Zeit? Ja. Hast du gerade schon geschossen? Oh, sie zielt irgendwo hin. Wo geht's hin? Wo geht's? Willst du auch nochmal schießen? Nicht nur die ganze Zeit zielen. Und. Da sind zwei Leute. Sie hat hier einen Erzfeind oder was? Nachladen? Oh. Pfff. Also wenn Chrissi gut ist, dann schreibt es mal die Kommentare rein. Sie ist auf jeden Fall echt Boss, oder? Richtig Boss hier. Da oben. Der, 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 der. Und 3, 2. Aber sie lebt noch. Das ist, das ist ein Wunder, dass sie noch lebt. Also das ist echt krass. Also sie lebt einfach noch. Sie läuft gerade zwar weg, aber. 3, 1. Doch nicht. Krass, wie lange sie gerade schon überlebt hat. Ja, und wir wollen einfach, dass ich mein Mikrofon jetzt hier anmachen. Wir auch nochmal gleich machen auf jeden Fall. Leider ist das ein bisschen problematisch. So mit dem Mikrofon und dem Fernseher da und wir da. Aber ich würde sagen, Chrissi hat seine 5 Minuten echt ausgenutzt, ne? Ich meine, Douglas, sie ist glaube ich gerade voll abgetreten hier von mir. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr so was wolltet ihr noch mal und wollt ihr so was machen, dann schreibt es in die Kommentare rein. Wir werden jetzt noch ein bisschen Fortnite spielen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich PC habe, dann wird es erst noch ein paar Wochen dauern. Weil auf der PSV kann ich halt überhaupt nicht spielen. Das ist echt nicht meins. Frag mich gerade, war blau oder grün besser, was? Ich warte damit, bis der jemand vorbei kommt, da kann ich sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald nächstes Mal. Bis dahin, euer Max und ciao. Wau, guck8. Wau, guck9. Bis zum nächsten Mal.